den Medienvertreterinnen vorgestellt hatte. Einige Zeit später lasen wir wieder in der Zeitung, dass der Landeshauptmann mit den Medienvertreterinnen Rücksprache gehalten hatte. Viel erfuhr man nicht, wenn man bedenkt, dass es sich hier um ein Gesetz über die Medien handelte, für die die Berichterstattung über sich selbst von größtem Interesse und vor allem ein einfaches sein müsste. Zu uns Abgeordneten kam das Gesetz kurioserweise erst im letzten Moment. Die Einberufung des Gesetzgebungsausschusses mit Aushändigung des Gesetzes erfolgte während der Landtagssitzung, während der Landtagswoche Anfang Juli. Erst am Montag, 6. Juli, kamen wir also dazu, uns mit dem Text zu befassen. Da es sich um einen Gesetzestext handelte, der viele verschiedene und zum Teil auch miteinander konkurrierende oder gar kontrastierende Interessen betrifft, forderten die Kollegin Uli Mayer und ich unverzüglich eine Anhörung der Medienvertreterinnen vor der Behandlung im Ausschuss. Erst bei der Ausschusssitzung selbst wurde uns die Ablehnung dieser Forderung durch die Mehrheit mitgeteilt. Die markante Begründung, Anhörungen seien grundsätzlich immer sinnvoll und man musste das daher grundsätzlich regeln, löste allgemeines Kopfschütteln aus. Man habe außerdem alle Medien im Vorfeld selbst anhören können. Wir lachten, auch nur angesichts der Vorstellung, dass im Land eine Woche lang keine Zeitung erscheinen würde, wenn alle Medienvertreterinnen jede einzelne Landtagsfraktion innerhalb weniger Tage abklappern müssten. Die Folge der Weigerung war, dass die Vertreterinnen des Gesetzgebungsausschusses kaum imstande gewesen waren, sich ein Bild der diversen Meinungen innerhalb der Medien zu machen. Dies war eine Machtdemonstration, die angesichts der anerkannt fairen Arbeitsweise der Minderheit nicht gerechtfertigt war. Es bleibt zu hoffen, dass in Zukunft bei den vorbereitenden Aussprachen der Landesregierung mit den Interessensvertretungen auch die Landtagsfraktionen eingeladen werden. Als erstes Entgegenkommen wurde uns das Dossier der schriftlichen Stellungnahmen der Medien ausgehändigt. Allerdings war es natürlich nicht mehr möglich, das Dossier im Hinblick auf die Arbeit im Ausschuss noch zu studieren. Im Nachhinein erfuhren wir von einzelnen Medienvertretern, dass sich das Gesetz zwischen der ersten und der letzten Vorstellung deutlich verändert hatte und Einwirkungen dann nur mehr auf dem informellen, persönlichen Wege durch den Gang zu einzelnen Abgeordneten möglich waren. Angemerkt wurde auch, dass es keine echte, offene Bedarfserhebung gegeben hatte. Für die Zukunft legen wir daher der Landesregierung nahe, partizipative Prozesse weiter vorne beginnen zu lassen, also noch vor der Produktion des Gesetzestextes, in einer gemeinsamen Analyse des Bestehenden und auch in einem simplen Einholen von Vorschlägen von verschiedenen Seiten. Nach diesem Vorspann begannen die Arbeiten im Ausschuss. Sie wurden immer wieder durch organisatorische Hindernisse verzögert, da viele Änderungsanträge aufgrund der Ungewissheit im Hinblick auf die Anhörung erst in letzter Sekunde eingereicht worden waren. Der Landeshauptmann als zuständiger Landesrat war bei der Vorstellung des Gesetzes und während der Generaldebatte anwesend und hat eingehend repliziert. Die Präsenz wurde allgemein positiv anerkannt. Die Arbeiten im Ausschuss verliefen nach anfänglichen Discrepanzen sehr gut und zügig und im Klima parteienübergreifender Zusammenarbeit. Considerazioni generali e di principio sul disegno di legge. Come si afferma in modo piuttosto lapidario nella relazione accompagnatoria, l'obiettivo del disegno di legge è, citazione, sostenere le emittenti private radiofoniche e televisive nonché i portali di notizia online. A tal fine va a modificare parti sostanziali della legge provinciale 18 marzo 2002, numero 6. Per questa formulazione non ci si è spesi molto, in quanto tale obiettivo compariva già nella vecchia legge, dove era oltretutto formulato in modo più chiaro e moderno, in quanto si intendeva promuovere, cito, un sistema delle comunicazioni e radio televisivo libero e pluralistico, che tenga conto delle peculiarità culturali, linguistiche e sociali della provincia, garantisca una partecipazione democratica e contribuisca ad incrementarne il livello informativo, educativo e di intrattenimento. I motivi per i quali si sono rese necessarie le modifiche della legge avrebbero potuto senz'altro essere indicati nella relazione accompagnatoria. Fraglos hat sich die Medienlandschaft in den letzten 13 Jahren verändert und diesen Veränderungen ist Rechnung zu tragen. Das grundlegende Ziel eines Mediengesetzes bzw. dessen Novellierung ist aber in jedem Fall, Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes ihr Recht auf eine freie, pluralistische, diversifizierte, aktuelle und qualitätsvolle Information zu bieten. Indessen ist es das größte Defizit dieses Gesetzentwurfs, nicht von diesem gesellschaftlichen Grundrecht auszugehen, sondern von den Bedürfnissen der Medien. Das zeigen mehrere Stellen im Gesetzentwurf. Zudem ist auch die fehlende Einbindung der Mediennutzerinnen in die Gesetzesgenese ein deutliches Indiz dafür, dass die Adressaten des Gesetzes nicht die Südtiroler Bürgerinnen sind, sondern vielmehr die Medien. Mit ihnen wurde der Dialog geführt, ihre Interessen wurden gegeneinander aufgewogen und zum Teil erfüllt. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass nur ein Teil der Medienvertreter angehört wurde. Für das Grundversprechen der Partizipation in dieser Legislatur eine verpasste Gelegenheit. Eine weitere Verwirrung des Entwurfs liegt in der gewagten oder aber auch ziemlich gefährlichen Verwechslung von institutioneller Information und Medienförderung. Auch sie ist ein Indiz, das von der falschen Seite angesetzt wurde. Nicht im Hinblick auf die Zielsetzung institutioneller Kommunikation, sondern darauf, was für die Medien herausschaut. Besonders verwundert aber die alte Herangehensweise an das sich so rasant verändernde Thema der Medien. Nichts ist im Kommunikationszeitalter schneller überholt als die Medienform und Gestaltung. Ständig treten neue Kommunikationsformen, Kommunikationsmoden und Modalitäten auf. Es ist der liquide Sektor schlechthin. Dieser medialen Fluidität ist in einem Gesetz Rechnung zu tragen, ist ein großer Anspruch. Der vorliegende Entwurf wird dieser Dynamik keineswegs gerecht. Im Gegenteil. Seine starren Klassifizierungen und rein quantitativen Parametrierungen wirken hölzern und starr, wie Zeugen einer längst vergangenen Zeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieses Gesetz noch schneller überleben wird als das vorangegangene, ist hoch. Bedauerlich angesichts der Innovationslosung, die die neue Ära ja kennzeichnen sollte. Einige der allzu schroff gesetzten Einschränkungen konnten im Gesetzgebungsausschuss gemildert werden, wodurch der Gesetzesentwurf insgesamt sicher ausgewogener und inhaltlich dichter als die Erstvorlage wurde. Dies ist das beste Zeichen dafür, dass Kommunikation und Innovations aus Begegnungen stehen und die Freiräume hierfür im Denken und in der Praxis der Förderung immer offen gehalten werden müssen. Il Testo del Disegno di Legge, nello specifico, sui singoli Articoli. Articolo 1. L'Articolo 1 sostituisce gli obiettivi citati nella Legge Provinciale Nr. 6 del 2012. Anche se l'intento era probabilmente quello di semplificare, ci dispiace constatare che gli obiettivi citati nella Legge del 2002 risultano qui ridotti e limitati. In particolare noi Verdi critichiamo il fatto che nel porre gli obiettivi ci si limiti ai gruppi linguistici abituali ai temi di importanza locale. L'Alto Adige non è il centro del mondo, non è l'ombelico del mondo, in cui le tre culture vivono una accanto all'altra senza minimi cambiamenti. Ma invece è una piccola regione europea con una dinamica varietà di persone, storie ed esperienze culturali che mutano continuamente. Corrispondere a questa complessità avrebbe dovuto rientrare nell'articolo introduttivo, così come il riferimento alla tutela delle minoranze introdotto su richiesta delle colleghe dell'opposizione. Articolo 2 e 3. Die Artikel befassen sich mit dem Landesbeirat für das Kommunikationswesen, dem sie, allerdings in noch undefinierter Form, breitere Befugnisse zuweisen. Man kann sie derzeit nur erahnen, dass sich im Gesetz nur eine vage Bezugnahme auf andere Gesetze und zu fassende Beschlüsse der Landesregierung findet. In der Festlegung der Zusammensetzung des Beirats wurde die alte Diktion Multimedia für eine anzunehmende Fachperson im Online-Bereich beibehalten. Der Vorschlag der Unterzeichnenden, diese Fachperson aus dem Bereich der aktuellen Medienentwicklung zu ernennen, wurde ebenso abgewiesen wie eine mögliche Bezugnahme auf das Gleichstellungsgesetz. Es wurde auf Vorschlag der Unterzeichnenden ein Passus eingefügt, der neben sprachlicher Korrektur der Benennungen auch die maximale Amtshaushübung auf zwei Legislaturen festlegt. Durch ein Missgeschick bei den Arbeiten im Ausschuss steht der Passus nun verkürzt im Gesetzestext und muss wiederhergestellt werden. Die Möglichkeit, dass sich Einzelinteressierte beim Landtag selbst für die Ernennung in den Beirat bewerben können, wurde abgelehnt. Explizit wurde dem Landesbeirat für das Kommunikationswesen der Auftrag erteilt, die Medien im Hinblick auf Diskriminierungen von Einzelpersonen und Personengruppen zu beobachten und einzuschreiten. Artikel 3 erklärt das Verhältnis zwischen dem Beirat, dem Landtag und der Aufsichtsbehörde und wertet die Mitsprache des Beirats bei der Organisation der eigenen Tätigkeit auf. Artikel 4 Artikel 4 widmet sich der institutionellen Kommunikation des Landes. Da es sich hier um ein Medienförderungsgesetz handelt, ist dieser Artikel völlig fehl am Platz. Die institutionelle Kommunikation einer Region hat das einzige und ausschließliche Ziel, die Bürgerinnen zu informieren und für Inhalte, die als wichtig erachtet werden, zu sensibilisieren. Dass durch das Schalten von Anzeigen die Medien des Landes finanziert werden, ist eine Folge, die natürlich geregelt werden muss. Von vornherein aber die institutionelle Kommunikation mit Medienförderung zu verwechseln, ist nicht nur riskant, sondern an und für sich auch ein Missbrauch des institutionellen Auftrages. Sichtbar waren diese Gefahren schon einmal im Ursprungstext. Es fehlte dort erstens die klare Bestimmung der Ziele der institutionellen Kommunikation. Zweitens gab es keine Aussage zur zielgruppengerichteten Kommunikation, also die Tatsache, dass man die Information und vor allem die Auswahl der Kommunikationskanäle an jene anpasst, die erreicht werden sollen. Stattdessen wurden die Printmedien als vornehmlicher Informationskanal festgelegt. Das ist in heutiger Zeit völlig unverständlich, wodurch gerade jüngere Bevölkerungsteile oder auch bildungsungewohnte Milieus gerade dadurch nicht oder nicht mehr erreicht werden können. Durch einen Änderungsantrag unserer Fraktion wurden diese beiden Punkte korrigiert. Im Text verbleiben dennoch zwei gravierende Mängel im Hinblick auf die institutionelle Kommunikation. So sollten Anzeigen erstens als solche kenntlich gemacht und die dafür bezahlte Summe sollte in der Anzeige mit aufscheinen. Bisher wurde Werbung also häufig als redaktioneller Beitrag kaschiert, auch was die institutionelle Kommunikation angeht. Die Transparenz ist nicht gewahrt. Dasselbe gilt für TV-Sendungen, die vom Land in Auftrag gegeben werden, aber gar nicht als solche wahrgenommen werden. Das Manipulationspotenzial liegt auf der Hand. Da entsprechende Änderungsanträge abgewiesen wurden, die Abhilfe geschafft hätten, scheint man sich hier weiter freie Hand vorbehalten zu wollen. Weiterhin wird es also Sendungen geben, in denen etwa das Selbstvermarkten von Landesräten mit öffentlichem Geld bezahlt wird. Die Geldgeberinnen, auch Steuerzahlerinnen genannt, gelangen dadurch aber erst in Kenntnis, wenn sie die öffentlichen Bilanzen studieren oder lustvoll in den Seiten der transparenten Verwaltung schmökern. Klarheit und Offenheit treten Not. Dies ist der einzige Ansatz, durch den die Information über sich selbst demokratisch erträglich gemacht werden kann. Artikel 5. Das ist das zentrale Definitionsinstrument des Gesetzes im Hinblick auf Medientypen und Medienprodukte. Er ersetzt den Artikel 9 des vormaligen Mediengesetzes, das auf einzelne Radiosender zugeschnitten war, und den Bezug von Nachrichten bei einer Presseagentur, welche einen lokalen deutsch- oder latinischsprachigen Dienst mit Sitz und Redaktion im Landesgebiet hat und deren Produktion und Verteilung vorwiegend in Südtirol erfolgt. Das wurde gefördert. Dieser Artikel ermöglichte allein für das Jahr 2013 die Ausschüttung von ca. 300.000 Euro, die sich gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1820 vom 14.07.2015 wie folgt verteilten. Die Tabelle findet ihr in der Vorlage. Diese Art der Förderung wird es künftig also nicht mehr geben. Dafür werden laut dem vorgelegten Artikel Radio- und TV-Sender und Onlineportale gefördert, die sogenannte förderwürdige Inhalte produzieren. Dieser Teil des Gesetzentwurfs legt aus unserer Sicht extrem starre und statische Standards fest, die sich vermutlich schnell überleben werden und die leider auch Qualität über Quantität definieren. So misst man etwa die Funktionalität eines Onlineportals an seinen zehn täglichen Nachrichten oder in der ursprünglichen Version an der Präsenz von zwei festangestellten Journalisten. Letzteres konnte mit einem Änderungsantrag gemildert werden, auch weil die Mitglieder des Ausschusses davon überzeugt wurden, dass diese Vorgabe der heutigen Medienlandschaft nicht mehr entspricht. Kein Platz bleibt indessen für jene Medienexperimente, die neue Wege des Unternehmertums beschreiten, die aus modular zusammengesetzten Redaktionen bestehen, die Mischungen aus Kultur, Meinungsbildung und Information anbieten, anstelle der klassischen Berichterstattung. Für sie lässt sich hoffentlich in der Diskussion im Plenum noch eine Förderungsschiene eröffnen. Ebenso wenig trägt der Entwurf der Mehrsprachigkeit einiger Medienrechnung, die ja einen besonderen Arbeitsaufwand mit sich bringt. Auch hier sollte noch nachgebessert werden. Sehr kritisch merken wir die Matryoshka-artige Schachtelung der Definitionen an. Die Verschachtelung, so kann man nur vermuten, will nicht sichtbar machen, was letztlich gefördert werden soll, nämlich die selbstproduzierten Programme oder Online-Artikel. Während die Laien denkt, selbstproduziert, heiße selbstproduziert, erfährt man erst im Buchstaben I, dass damit etwas ganz anderes gemeint ist, nämlich Inhalte, die im Auftrag oder für Rechnung von lohnabhängigen und freien Journalisten, von Agenturen oder unter der redaktionellen Verantwortung von Journalisten hergestellt werden. De facto heißt das, dass ein Medium, das etwa neun aufwendig recherchierte Artikel pro Tag produziert, keine Förderung erhalten wird, sehr wohl aber ein Medium, das zehn Agenturnachrichten einkauft. Ein Beispiel dafür, wie schlampig die Handhabe des Qualitätsbegriffs bezogen auf Information in diesem Gesetz ist. Als mangelhafter achten wir schließlich auch die Eingrenzung auf die EU, was die Herkunft der Journalistinnen und Journalisten betrifft. Es gibt bereits Zweifel daran, ob die Eintragung in das nationale Berufsverzeichnis – staatliche Berufsverzeichnis – überhaupt eine Qualitätsgarantie bieten kann. Dass aber Staaten wie die Schweiz oder die USA ebenfalls fähige Journalistinnen hervorzubringen vermögen, sollte bekannt sein. Die Annahme unseres Änderungsantrags zur speziellen Förderung von Jungunternehmen im Medienbereich sehen wir als kleinen Schritt in Richtung Flexibilisierung des ansonsten so starrstandardisierten Gesetzes. Artikel 6. Er definiert die Medienförderung als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Sinne des Unionsrechts und regelt die Auszahlung der Förderungen als Verlustbeiträge. Der Erlass der Durchführungsbestimmungen wird wie üblich an die Landesregierung delegiert. Artikel 7. Definiert die begünstigten Sender und Portale. Hier finden wir jene wieder, die die förderwürdigen Inhalte nicht nur herstellen, sondern auch herstellen lassen. Und die hiermit auf dieselbe Ebene gestellt werden. In der Folge werden die Ausschlusskriterien festgelegt, die man absolut teilen kann. Zufrieden sind wir damit, dass in einem Änderungsantrag, den alle Mitglieder des Gesetzgebungsausschusses geschlossen unterzeichneten, auch jene Medien von der Förderung ausgeschlossen werden, die diskriminierende Kommentare und Leserbriefe zulassen. Absatz 3 gibt die quantitativen Eckpfeiler der Förderung je nach Medienart für die zulassenden Kriterien vor. Artikel 8. Hier schließlich finden wir die Finanzbestimmungen und die Quantifizierung der Beiträge auf 1 Million Euro für das Haushaltsjahr 2015. Dies entspricht im etwa dem Rahmen der bisherigen Förderung gemäß Beschlüssen der Landesregierung 8.19 und 8.20 vom 14.07.2015. Ein neues Gesetz zu den immer noch neu genannten Medien wurde von der neuen Landesregierung vorgelegt. Einer neuen Zeit entspringt es aber nur zum Teil. Ansatzweise im Austausch mit Medienvertretern entstanden, wurden die Nutzerinnen im Vorfeld ebenso wenig einbezogen wie der Südtiroler Landtag. Kritische Reflexion über die eigene Rolle und deren Eingrenzung und Transparentmachung in der institutionellen Kommunikation kamen eindeutig zu kurz, wenn auch eine laue Offenheit gegenüber Verbesserungsvorschlägen spürbar war. Gewichtigster Kritikpunkt des Gesetzes bleibt aber die quantitative Standardisierung der Förderungswürdigkeit. Es wirkt so, als klammere man sich an das Wenige, das aus der Welt der alten Medien an Messbarem überliefert ist. Dabei hätte man gerade hier Platz für Freiheit, Kreativität, Innovation und Fluidität schaffen können. Das hätte nicht nur der Südtiroler Medienlandschaft, sondern auch der Südtiroler Denk- und Meinungslandschaft ganz sicher gut getan. Vielen Dank. Danke, Kollegin Fuppa, für den Vortrag.